Hey lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Dieses Video wird sehr kurz, denn erstens ist es sehr spontan und zweitens ist es eigentlich nur ein Informationsvideo, sag ich mal. Denn wer mich, sag ich mal so, regelmäßig verfolgt und immer meine Videos schaut, hat vielleicht gemerkt, dass in letzter Zeit ich nicht so oft und nicht so regelmäßig Videos hochgeladen habe. Und ich dachte mir einfach mal, ich stelle mich jetzt dazu, nicht, dass ihr euch irgendwie wundert oder denkt, was ist los, warum macht ihr keine Videos mehr oder sonst was. Es ist einfach der Grund, dass es zur Zeit mir nicht so gut geht. Also erstens, ich bin zur Zeit öfters erkältet, was natürlich jetzt nicht so der große Grund ist, warum ich keine Videos mache, sondern der zweite Grund ist eher, dass ich wieder sehr doll mit der Essstörung zu kämpfen habe, vor allem mit der Volumie. Und natürlich die Magersucht auch, das Verlangen nach dem Abnehmen, viel Sport zu treiben. Und die Selbstverletzung ist auch sehr stark geworden, was mich sehr traurig macht. Und deswegen habe ich zur Zeit da halt auch Depressionen und so eine große Rolle bei mir gerade spielen. Sehr wenig Antrieb, irgendwas zu machen. Dazu kommt natürlich dann auch ein Video zu drehen. Ich habe sehr wenig Zeit, da ich ja jetzt regelmäßig in die Schule gehe, was ja gut ist. Aber dadurch komme ich halt einfach mal so um 17 Uhr erst nach Hause, wo es dann natürlich auch schon eigentlich wieder Abend ist. Und das ist alles, was, sag ich mal so, ja, natürlich auch Zeit beansprucht. Und deswegen drehe ich zur Zeit nicht so viele Videos. Ich weiß auch im Moment nicht, was ich drehen soll. Und ja, ich bin einfach nicht so gut drauf. Und habe viel mit mir selbst gerade zu tun, zu kämpfen. Denke sehr viel über mich nach, über mein Leben, wie es weitergehen soll. Wie ich weiterkämpfen kann. Ob ich mir noch meine Therapeutin suche, ob ich mir irgendwie überhaupt noch mal irgendeine andere Hilfe suche. Und ja, trotz alledem bin ich immer für euch da. Also viele, die mich auf Instagram verfolgen, wissen das, glaubt, dass es mir nicht so gut geht zur Zeit. Trotzdem kämpfe ich weiter. Trotzdem poste ich auch auf Insta regelmäßig mein Essen und auch andere Bilder, was ich so am Tag mache. Genau. Aber YouTube-Videos, es kann einfach sein. Wundert euch nicht, dass halt jetzt die nächsten Wochen, vielleicht auch nächsten Monat oder nächsten zwei Monate einfach nicht so oft, nicht so häufig, nicht so regelmäßig YouTube-Videos von mir hochladen werden. Ich, ja, ich weiß nicht. Klar, das macht mich auch ein bisschen nachdenklich, macht mich auch ein bisschen traurig, dass ich das im Moment nicht so hinbekomme, alles, weil ich irgendwie selbst mit mir voll überfordert bin. Aber ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und genau. Eigentlich war das so ein kurzes Informationsvideo, wie ihr seht. Ich bin auch irgendwie total halb Schlafanzug und sowas. Und meine Flüsse und alles ist ganz so geil. Genau. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Und ihr könnt mir trotzdem immer schreiben. Vor allem auch auf Instagram. Den Link findet ihr nochmal in meiner Bio halt. Und genau. Also scheut euch nicht. Ihr könnt mir trotzdem immer schreiben, euch immer irgendwas fragen. Habe ich gar kein Problem, es zu beantworten mit. Aber es kommt halt einfach vor, dass ich jetzt nicht regelmäßig Videos hochladen. Genau. Das war es eigentlich auch schon. Voll kleine Information. Aber ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Sonntag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.